Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Welt, Herr Schaftern, uns zu reißen. Heute Abend, Pinky. Werden wir eine Party veranstalten und die ganze Welt wird daran teilnehmen. Wir werden eine Rakete mit Milliarden von winzig kleinen, selbstklebenden Spiegeln auf den Mond schießen. Wenn wir sie dann zünden, werden die Spiegel die gesamte Oberfläche des Trabanten verkleben und ihn so zu einem gigantischen Disco-Spiegelball machen. Während die gesamte Menschheit ihre letzten wachen Momente im Disco-Rausch verbringt, erobern wir dann den Planeten. Musik 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 Oh, wie hoch, mein Kind, die Wolken führ' dich zu mir. Musik 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 Ich schaue nicht hier runter Wir lummern 3, Mann! 2x2x4, 1x9 Ich mach mir die Welt, 1x10, 1x10 Die Frequenzen unterhalb 30 MHz Laut und deutlich! 1x5 North 1x10, 1x10, 2x10, 2x10 Wir beginnen sofort! Und eins muss ich sagen, wenn die spitzmäßige Welt vom Dempuls spannen, einfach grad los! Ich meine, die Erreichung des Maximalwertes ohne nennenswerte Überlagerung aus Relation? Oh, Junge Brain! Stell dir an! Was fließt, wird nicht entspricht, werden wir live! Das Lied ist der Leibende! Ich meine, die Erreichung des Maximalwertes ohne nennenswerte Überlagerung! Da, ich meine, die Erreichung des Maximalwertes! Ich meine, die Erreichung des Maximalwertes ohne nennenswerte Überlagerung!